Ja, also ich habe das in den Medien mitverfolgt und ich finde, dass da eine ziemliche Hetzkampagne gegen Herrn Graf veranstaltet wird, nur weil er sich erlaubt hat, über den Herrn Mutzikant einige kritische Bemerkungen zu finden. Und man muss schon sagen, meiner Meinung nach ist der Herr Mutzikant nicht die oberste moralische Instanz dieser Republik und ich verstehe den Wirbel eigentlich überhaupt nicht. Ja und zu dieser Internetseite Kellernazis muss ich schon sagen, dass es ein Wahnsinn ist, dass das gibt, dass Leute da öffentlich an den Pranger gestellt werden. Also ich persönlich finde das ungeheuerlich, weil es ist eine reine Hetzkampagne, das hat mit Sachlichkeit und mit politischer Kultur in meinen Augen nichts zu tun und als Wähler erwarte ich mir da schon einen besseren Umgang und weil Politiker sollten eine Vorbildwirkung haben und auch Vertreter von Religionsgemeinschaften natürlich und es ist ein Wahnsinn und man muss zur Kenntnis nehmen, dass der Herr Graf von einer Mehrheit gewählt worden ist als Nationalratspräsident und das ist auch in Ordnung so.